Graf Lazar Nicolas Marquardt Cano war ein französischer Offizier, Mathematiker und Politiker. Biografie Cano wurde am 13. Mai 1753 in Nolai im Burgund in eine bürgerliche Familie geboren. Insgesamt hatte er 17 Geschwister, von denen zwei Brüder bis zum Lieutenant-General und einer zum Procureyer-General am königlichen Hof aufstiegen. Cano besuchte zunächst das College d'Oté und die École des Messires. Wo er mit den Arbeiten der Mathematiker Jean-Baptiste Léron d'Alembert und Charles Bossot vertraut wurde. Anschließend trat er 1773 in das Ingenieurchorps des französischen Heeres ein, welches die einzige Formation war, in der damals der Adelsnachweis nicht Voraussetzung für eine bescheidene Offizierskarriere war. Bis 1783 hatte er den Rang eines Kapitänau-Korps Royal du Genie erreicht. In seiner Garnison in Calais beschäftigte er sich jedoch ausgiebig mit der wissenschaftlichen Befestigungslehre und der Physik. Er verfasste früh einen Aufsatz über frühe Formen von Luftschiffen und übersandte ihn der Academy des Sciences. Kurz darauf erschien 1784 sein Buch Eloge d. M. Le Maréchal d. V. Ban, welches noch Jahrzehnte später als Standardlehrbuch für den Festungsbau galt. Bei Ausbruch der französischen Revolution begeisterte sich Cano für die neuen Ideen und begann sich politisch zu engagieren. Im am 21. September 1792 zusammengetretenen Nationalkonvent stimmte er am 15. Januar 1793 für die Hinrichtung des Königs und wurde regelmäßig zu den Armen entsandt. Als Angehöriger der Montagne gehörte er seit dem 4. August 1793 dem Wohlfahrtsausschuss an. Hier war er für Militärangelegenheiten verantwortlich und wirkte am Sieg von Vatik Nies mit. Als folgenreich erwies sich die von ihm eingebrachte Einführung der Levion-Masse. Er war Abgeordneter des PASD-Kalender-Nationalversammlung und gehörte dort dem Militärausschuss an. Am 9. Temidor II des republikanischen Kalenders wirkte er am Sturz Maximilian Robespiers mit. Am 26. September 1795 wurde Cano von den Abgeordneten der Saal zum ältesten Rat des Parlaments der Direktoriumsverfassung gewählt und trat in das Direktorium ein, musste seinen Platz jedoch nach dem Staatsstreich des 18. Fructidor vorräumen, er floh in die Schweiz. Nach dem Staatsstreich des 18. Brumäer VIII kehrte er nach Frankreich zurück und wurde von Napoleon Bonaparte zum Kriegsminister ernannt. Nach einigen Monaten trat er zurück. Cano hatte einen Sitz im Tribunat, stimmte gegen das Konsulat auf Lebenszeit und das Appir und zog sich schließlich aus dem politischen Leben zurück. Um sich seinen wissenschaftlichen Arbeiten zu widmen, während der Herrschaft der 100 Tage Napoleon II. 1815 wurde er zum Innenminister ernannt. Schließlich wurde er in der Zeit der Restauration des Königsmordes angeklagt und musste nach Preußen flüchten. Wo er zeitweilig in Wernigerode lebte und 1823 in Magdeburg verstarb, wurden seine Gebeine nach Paris überführt und im Pantheon beigesetzt. Cano war ein bedeutender Mathematiker. Seine Schriften wurden grundlegend für die Geometrie der Lage. Noch zu Anfang des 20. Jahrhunderts war es üblich, den Kosinussatz der Trigonometrie als Kosinussatz von Cano zu bezeichnen. Daneben gibt es noch einen Satz von Cano, der sich ebenfalls mit ebenen Dreiecken beschäftigt. Sein Sohn Nicolas Leonard Sadi Cano wurde als Physiker bekannt. Sein Enkel Marie-Francois Sadi Cano wurde 1887 Präsident der Republik Frankreich. Ehrungen Sein Name ist am Triumphbogen in Paris in der 4. Spalte eingetragen. Cano ist namentlich auf dem Eiffelturm verewigt, siehe die 72 Namen auf dem Eiffelturm. Außerdem trägt ihm zu Ehren eine der zwölf sternförmig auf die Place Charles de Gaulle mündenden Straßen seit 1880 den Namen Avenue Cano. Schriften De la Correlation des Figures de Geometrie Geometrie de Position Dritte de la Defense de Places Fortes Memoire Adresse Aureu on Julliat 1814 Par Cano sui vidu di scurq ui l a pon once au tribunat le 11 Floreal an 12 Par Cano sui vidu di scurq ui l a pon once au tribunat le 11 Floreal an 12 Par Cano ui l a pol means Vo economics Bekl bucks Bekl quartz Ou Bekl 각